Was heißt da jetzt Müll-Trennung? Muss ich da bei Blechdosen vornaschneiden, oder was? Blechdosen können wir überhaupt keine Tunnel, sondern da gibt es noch einen eigenen Container und Recyclinghof dafür. Ja, aber auch keine Recyclinghof. Ja, aber wir kriegen einen. So weiß, wenn ich vordergemacht habe, so tue ich es weiterhin. Und jetzt küsst mich kreut, weißt du, 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 du Müllerbostel, du. Das war mit meinen anderen Kollegen, weil das war früher oder Sparda sowieso gekommen, ne? Sparda war es mir lieber, bitte. Was gehörst du jetzt da bitte wo rein? Zum siegttausendsten Mal, ich weiß nicht, weil die warten ja schon mal auf mich. Ja, aber du, warte mal, du! Was ist denn das? Guck mal, wie die Wunde da! Schuhe dürfen nur in gesäubertem Zustand entsurrt werden. So, der so ein Putz ist jetzt so ein schweißer Sack. Ein Schluck, Mann. Ja, ja. Dann tunst du mir keine Reine. Schau, das sind auch nicht meine Tonnen, das sind unsere Tonnen. Aber ihr seid ja alle miteinander so verpauscht, das wollt ihr einfach nicht. So, nein. Und jetzt, vor ihr steht da hin. Und nachher werde ich mir in einer kompetenten Stelle erkundigt, wo du dieses Jahr weißt, dass es für dich geht. Wo treffen wir uns denn? Ja, am Recyclinghof bei der Flaschenkartee. Ja, am Recyclinghof bei der Flaschenkartee. Irgendwo. Hab ich gedacht. Es ist gerade eine Abordnung der Tiroler Landesregierung bei ihm. Und? Was wollt ihr verärmen, nicht? Glauben Sie, ich belausche unseren Herrn Bürgermeister? Doch, doch. Dann war ich meine ganze Leben noch nicht. Ich habe doch gestern den ganzen Schnapp schon drauf gemacht. Freundentüschel. Was? Lisa! Nein, 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 nein. Wir haben uns den da. Hast du einen Ange? Mir ist gerade nicht ganz klar, wer sich die Genehmigung kriegen kann für die ganzen Tonnen. Schau zu Herrn, mein Dr. Ja, das ist wohl überhaupt kein Problem. Aber was passiert denn jetzt? Ja, nicht viel. Die überschüssige Tonnen werden wieder angeholt. Die zuständige Mula-Karte ist schon unterwegs. Andreas, das Kind schneide gar nicht zum Entdeck, das muss der Fußschau. Nein, 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 nein! Wir beginnen mit den Niederlanden. So, ich hab nicht. Ja, das machen wir besser, ja. Das sieht nicht hoch. Das ist doch nichts. Alle werden erzogen. Alle werden waschen. Alle werden die Löcher stopfen. Und wir dürfen sicher. Kommen wir direkt. Das ist der Lied in dieser Tonne.